Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Da sind wir wieder. Ja, es geht wieder um die Asperia Blade, der Concept Sale, der gerade aktuell läuft bis zum 28.03. Wir haben frisch das erste Q&A dazu bekommen. Das heißt, ich werde euch jetzt die Fragen und Antworten erstmal der Community und natürlich auch die entsprechenden Antworten der Developer erzählen und ein bisschen was über die Blade an sich berichten. Die Blade ist ein leichter Vendul Jäger, nach dem Design der Vendul nachgebaut als Replika von Asperia Incorporated. Ist mit 270,73 Euro inklusive Lifetime Insurance und Mehrwertsteuer relativ teuer, muss man dazu wirklich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass es ein Einpersonenschiff ist, ein leichter Jäger sein soll, relativ schlecht bewaffnet. Und ich werde jetzt mal gucken, was die Fragen und die entsprechenden Antworten dazu sind, damit wir euch das mal ein bisschen durchgehen können. Und zwar, erste Frage ist, wie würdet ihr euch die Blade vorstellen, also die Developer, insbesondere im Vergleich zu der Gladius oder der M50 als leichten Jäger? Also eher in Richtung Gladius oder eher in Richtung M50? Ja, und die Antwort war im Grunde genommen in der Mitte von beiden. Das bedeutet, sie wird wendiger sein und manövrierfähiger als die Gladius, aber eben auch dementsprechend leichter noch bewaffnet. Das bedeutet, sie wäre genau ein Zwischending dazwischen. Nächste Frage war, es geht um die Flugmodi. Das heißt, wie man jetzt hier im Hintergrund auch sieht, können ja diese Klingenflügel ein- und ausgefahren werden. Und da wollten sie gerne wissen, wollte die Community gerne wissen, wie sich das denn nun auswirken wird. Insbesondere, weil die Reliant und der Shian Scout ja auch andere Flugmodi haben, das aber nur für Start und Landung gilt. Das heißt, im Grunde genommen sich das im Weltraumflug dann nicht sonderlich, ja, in irgendeiner Form bedeutend macht. Ja, und da haben sie geantwortet, hm, das war ein Fehler auf der Website an sich. Das gilt auch bei der Blade nur für Start und Landung. Das heißt, das Einklappen funktioniert in dem Sinne, wenn man landet, dass man sie dann eingeklappt ist. Kommt daher, dass sie in Massen sozusagen auf den Carrier-Ships, den großen Trägerschiffen der Vendule eben gestapelt wurde. Und dementsprechend die Klingenflügel sich einklappen sollten, wenn sie dann, ja, sozusagen für aufbewahrt wird für den späteren Einsatz. Also, auch hier wird es so sein, wie bei der Shian Scout und bei der Reliant, dass zum Landung die Flügel eingeklappt werden und beim Start sie sich wieder entfalten. Und der Flugmodus selbst aber eben derjenige ist, wie mit den ausgeklappten Flügeln, wenn man unterwegs ist. Nächste Frage ist, wie wird die Blade sich als Racer schlagen? Ja, und da kam eine ganz coole Antwort eigentlich zurück, die hieß, also die Vendule setzen nicht viel auf Racing und Competition. Es sei denn, es geht darum, in der Competition den Feind sozusagen zu besiegen. Ja, dementsprechend wird es aber so sein, dass die ganzen Piloten merken, dass die Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit auf jeden Fall ihren Einsatz findet. Also, zusammengefasst, die Blade ist definitiv kein dedizierter Racer. Sie ist auch nicht dafür gedacht und entworfen, aber, naja, mutige Piloten könnten es sich vielleicht zutrauen, das Ding auf die Rennstrecke zu bringen. Weiter ging es mit den Waffen. Interessante Frage hier an der Stelle übrigens. Wie ist das mit den Waffen? Wird es Alien-Waffen an dem Schiff geben? Wird es mit normalen Waffen geliefert? Werden die untereinander austauschbar sein? Und vor allem kann man zum Beispiel den Gimbal-Mount an den Flügeln austauschen und stattdessen eben Size-2-Waffen ranbauen, statt nur Size-1-Gimbled? Und ist nicht ganz vollständig beantwortet, die Frage. Da kann man nur sagen, also, klar ist wohl, die Blade wird mit Alien-Waffen, also Vendule-Waffen geliefert. Es wird dann Möglichkeiten geben, später im Spiel sogenannte Cross-Species-Mounts anzubringen. Das bedeutet, wenn man so will, Halterungen, Lafetten, wo man die Waffen anbringen kann und die man dann innerhalb der Spezies sozusagen austauschen kann. Das heißt, man wird irgendwann die Vendule-Waffen von der Blade abnehmen können, über einen Cross-Species-Mount an ein anderes Schiff anbringen können, sodass man an einem anderen Schiff Vendule-Waffen hat. Vermutlich wird es auch umgekehrt gehen, dass man eben menschliche Waffen anbauen kann mit einem Cross-Species-Mount. Allerdings wird man da überall für Penalties, also sozusagen, ja, wenn man so will, Einschränkungen für in Kauf nehmen müssen. Wie die genau aussehen und wie das sich in der Konzeptphase dann macht, ist noch nicht bekannt, weil es tatsächlich gerade darüber noch nachgedacht wird. Aber die Möglichkeit soll es geben. Wir gehen dann von hier aus weiter sozusagen zur Operationsreichweite der Blade. Also hier kann man dazu sagen, dass sie ja als leichter Fighter und Scout vor allem auch bezeichnet wurde. Und hier ist eben die Frage, was für eine Reichweite wird sie haben? Wird sie eher so Carrier-based sein wie die Hornet oder eben doch schon, dass man weiter mit dem Schiff alleine losfliegen kann? Und da sagen sie, sie empfehlen es keinem Piloten, alleine mit einer Blade unterwegs zu sein. Die ist als Schwarmjäger gedacht. Sie ist dafür gedacht, in großen Mengen, also wirklich in Massen aufzutreten und dementsprechend den Feind auch zurückzutreiben. Und sich alleine in ein zwar sehr schnelles, aber sehr leicht gepanzertes und leicht bewaffnetes Schiff weit rauszuwagen, ist eine mutige Sache. Dafür ist sie auf jeden Fall nicht gebaut. Weiter ging es dann mit der Manövrierfähigkeit. Da gab es nämlich die Frage, wie ist da der Vergleich wirklich mit der Blade? Und sie schreiben eindeutig hin, auch wie sie es schon im Eröffnungspost gesagt hatten, die Blade wird ungeschlagen sein in ihrer Art zu manövrieren. Das heißt, die Manövrierfähigkeit wird ihresgleichen suchen unter den Schiffen. Das heißt, wir erleben hier vielleicht in Zukunft das manövrierfähigste Schiff von ganz Star Citizen. Also sprich, eins der zumindest in seiner Klasse, in der Jägerklasse. Allerdings eben muss man dafür in Kauf nehmen, dass sie relativ leicht bewaffnet ist und dass sie vor allem sehr leicht gepanzert ist. Das bedeutet, da wird man auf jeden Fall die Schwierigkeiten haben, sich sozusagen zu verteidigen. Es sei denn, man kann ausweichen. Wirklich Treffer einstecken sollte sie nicht, wird auch hier nochmal betont. Und was die Emissionen zum Beispiel angeht, also die Signatur, die sie abgeht, gibt es keine großen Veränderungen zu anderen Schiffen. Dort ist die Blade angesiedelt, wie alle anderen auch. Die Vendul machen sich laut der Developer keinen großen Kopf darum, ob sie entdeckt werden oder ob sie das nicht werden. Zumindest in dieser Form bei diesem Schiff kann man das so sagen. Ja, außerdem ist die Frage nach dem Jump Drive gegeben. Das heißt, sie kommt der Community sehr klein vor und ob sie denn einen Jump Drive hat. Und da kommt die Antwort, ja, wie alle anderen Schiffe, die keine Snap Fighter sind, wird auch die Blade mit einem Jump Drive geliefert. Demnach können wir auch darauf hoffen und darauf entnehmen, dass sie auch Quantum Drive fähig ist. Das sagen sie zwar nicht explizit, aber das könnte man daraus ableiten. Außerdem ist die Frage mit diesen Flügeln, mit dieser Flügelform, die sich ausfaltenden Flügel, die ja so klingenartig sind. Wird man damit vielleicht die Möglichkeit haben, auch die Blade selber zum Rahmen zu benutzen? Das war eine weitere Frage. Also sind die Flügel tatsächlich stabil genug, um sie eben auch wirklich zu benutzen, wie zum Beispiel bei anderen Schiffen beschrieben, bei der Vendul, die ja tatsächlich als Klinge genutzt werden können. Hier ist es klar, dass das keine gute Idee ist. Das sagen die Developer auch selbst. Das Schiff ist sozusagen da, um den anderen Angst einzujagen und in großen Massen aufzutreten und Gegner wirklich mit der Manövrierfähigkeit auszumanövrieren. Aber für einen RAM-Angriff ist es definitiv nicht geeignet. Dafür ist es viel zu klein, viel zu anfällig auch und eben viel zu schlecht gepanzert. Also das ist definitiv nicht der Sinn dieser Flügel. Dann kommt noch die Frage, wie jetzt sich das Esperia-Replika-Modell vom Original unterscheidet. Also es unterscheidet sich insofern, dass es eben von den Interfaces angepasst ist. Das vermischt sich übrigens mit der letzten Frage auch, nämlich wie das mit dem HUD sein soll. Bei der Glaive ist es ja tatsächlich so, dass das HUD sich versucht durchzuringen sozusagen. Also es versucht sich durchzusetzen gegen das menschliche HUD, was von Esperia da draufgepackt wurde. Beziehungsweise dann eben auch von Aegis bei den anderen Schiffen. Und da kann man also sozusagen nur sagen, das ist bei der Blade nicht so. Da haben sie sozusagen in diesem Replika-Modell gelernt und dort wird es nur ein menschliches HUD geben und entsprechende auch Bedienflächen. Also das ist der größte Unterschied zum Vendul-Modell. Es wird ein menschliches HUD geben, was auch wirklich frei ist von dem Vendul-Hat an sich. Und es wird entsprechend so optimiert sein, dass die Komponenten und ähnliches besser zusammenpassen. Also es wird ein bisschen mehr auf den menschlichen Markt abgestimmt sein. Ja, das waren die Fragen, die wir jetzt hier so hatten. Also von daher, wenn ihr noch welche habt, wir versuchen sie gerne zu beantworten, könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt natürlich selber überlegen, ob der Preis für das Schiff, das es euch wert ist. Ich persönlich würde sagen, okay, relativ teuer dafür, muss man ganz ehrlich sagen. 270,73 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist es dann aber mit LTI. Und man darf auch nicht vergessen, das haben auch schon Leute hier kommentiert, es wird ein relativ seltenes Schiff später sein im Worst. Das heißt, man wird es nur sehr selten finden und unter Umständen lässt sich da vielleicht für den einen oder anderen Liebhaber wirklich eine Nische finden. Sehr, sehr spannend. Wenn ihr weitere Informationen, wie gesagt, haben wollt, abonniert unseren Channel, bleibt dran. Stellt uns gerne Fragen in den Kommentaren, liked und disliked unsere Episoden. Und wenn ihr gerne wirklich mehr für uns tun wollt und sagen wollt, hier, die Arbeit, die ihr macht, finden wir so cool, die unterstützen wir gerne, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das ist da oben in der Ecke und da könnt ihr sicherlich was finden, was euch, ja, uns die Unterstützung ein bisschen versüßt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich mit einem See you on the flight deck. Sawyer out. Vielen Dank.